Musik 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 So, heute gehen wir mal in das Tschechieni-Albert Tageskater sind wir um die 80 Euro rum im Internet zu haben bei Get Your Guide So, das ist also nicht nur das Heilbad gibt es das größte Heilbad von Europa sondern es gibt ja auch noch einen Zoo zum Beispiel oder einen Zirkus Das wird auch in jeder Menge Festbooten, das ist mehr so ein Erholungsgebiet Im Haller Camping nennt man dann die Straßenbahn so haben wir hier rein und der Schnittpunkt dann zum Metro M1 das muss man dann praktisch die gelbe U-Bahn-Line ab Fueres-Martiter Tor Tschechieni-Fürde Richtung Mexiko Gutner so steht so drauf Die Möglichkeit wäre dann mit der Metro M3 Schnittstelle M1 Richtung Wechselkurs Das ist ein Naherholungsgebiet Tja Wir trennen das noch aus der Elbenseile wir gucken es jetzt auch noch an Los 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 Gucken Sie mal so ein tolles Was ist hier an sowas gibt es noch Guterfest und Umgang Also hier das Ambiente Das ist schon sehenswertig wenn das größte Freibad von Europa in den Schwimmbad geht Das ist dann Zwei mal ein bisschen das gleiche hier aber es ist noch ein schöner Spaziergang schönes Ambiente wo man den Tag ausruhen kann am Montag den 6. August 2018 in Budapest So ja in der Richtung ist irgendwann noch irgendwo dazu Also ein Zockes So das ganze Ambiente geht dann in die Richtung hier Das ist so ein Kühlrestaurant da ist dann da praktisch das gute Freibad So unmittelbar vor dem Bad ist dann die Metro Station Das ist eine Haltestelle vor der Mexiko führt oder wie immer das heißt Linie 1 die gelbe Linie Barhaus Ficke da ist das ganze hier mit dem Namen ins Gebiet und da ist dann hier das tolle Schwimmbad in Lupe Ander Metro Jetzt kann man sagen das ist ein Kölk Alati also Fischini Kürtel Das kommt man dann hier raus das ist nämlich die 1 und geht dann hier rein in der Fälle auf dem Bad Also ein bisschen Touch Schloss Französischi ist auch dabei da bin ich ja gespannt wie es Sonnen aussieht aber es geht immer ein bisschen überfüllt ein bisschen enge zu so Kameran natürlich aus das ist natürlich klar jetzt muss man dann so nett aber mal nachschlagen wie gesagt 18 Euro so in dem Dreh die Tageskarte wenn man über das Internet in Deutschland bucht Bei mir haben wir diesen Coupon einen riesen Höhlen dann müssen wir den Eingang benutzen damit man noch ein schöner Winkelsaufer essen kann ist dann noch ein Zirkus gleich dahinter und irgendeine Dreh ist dann auch noch auf der rechten Seite dann irgendwie dann hier und dann hier und so ist mal Budapest so also es ist weit über 30 Grad jetzt wird gebadet Kamera raus jetzt muss der Fahrrad da ausleihen der Fahrrad bei zwei Stationen Budapest die auch mit zu den PKK Budapest verkaufvertrieben angeschlossen sind zu der Station wo jetzt auch das Schwemmbad ist ganz groß so also Hin- und Rückfahrt praktisch machen wir jetzt zurück von einer Station nach Mexiko Ud das ist hier der Schirröden Dingsbums Metro Linie 1 in gelb bis hierher äh Terrent French und dann praktisch die äh blaue Linie ja stecken wir den M3 um und fahren dann hier bis äh nach der dort ist dann der Camping Hallerplatz wo dort auch noch ein Bad in der seinem Saal weil sie gesagt äh Budapest auch die Stadt der Bilder eine kurze Auflistung es gibt das Zählen in Lukac Heil- und Schwimmbad das Aquavolt Resort Budapest das Heil- und Schwimmbad äh das ist jetzt das was wir hier besucht haben hier das ist das größte mit einem Platzer da gibt es das Heil- und Schwimmbad Gellert eine Gellertbrücke an der Donau der Hotel Gellert dann ein Heil- und Schwimmbad Ruders und das Kirli Bad wie gesagt das sollen insgesamt 50 sein in Budapest in Budapest in Budapest steht dann auf der Tour 5 einiges noch über Räder drauf also im Kirli Thermalbad gibt es zum Beispiel Wichtig ist, dass man wissen dass die Räder darauf auch am Ende viel Betrieb haben Tour 5 war dann noch beschrieben an Lukac Thermalbad das ist ein türkischer Hammann bis hin zum Veli B Bad äh das ist ein Stimmungsriss türkisches Bad mit diesem Träger praktisch also mal ein bisschen Kugeln Kugeln werden wir mal ausdrucken wo da eigentlich was ist viele viele Bäder in Budapest das war noch die Tour 6 Polygott in Budapest das war in der Wasserstadt dann sind wir noch in Buda an den Bergen da gibt es zum Beispiel eine Markkalle Quattaharitär Haustitradition Burgtunnel das ist dann praktisch unterhalb von dem oder fast dahin diese Geschichte und dann hier auch mit dem Dreher Schauen wir mal Gucken wir mal und dann Körger Körger und dann die Körger das ist dann Körger und dann Wöhn Wöhn Vielen Dank.